Verehrte Zuschauer, spannend geht es weiter bei uns im Ersten in dem amerikanischen Spielfilm Straßen in Flammen. Packende Action-Szenen und mitreißende Rock'n'Roll-Musik bestimmen das Tempo dieses ungewöhnlichen Films. Die Geschichte um einen furchtlosen jungen Draufgänger, der seine Ex-Freundin aus der Gewalt einer Rockerbande befreien will, hat Waterhill 1983 als glitzerndes Popspektakel mit faszinierenden Bildern inszeniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017